Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Mein Name ist Nathalie. Viele von euch kennen mich schon. Wer neu ist, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal geht's zur Hälfte um Garten und zur Hälfte um persönliche Weiterentwicklung. Mittwochs sprechen wir immer über persönliche Weiterentwicklung und alle möglichen Themen, die zur mentalen Gesundheit beitragen. Und heute will ich über das Katastrophisieren sprechen. Das ist eine Sache, die ich selbst persönlich sehr, sehr gerne mache, unterbewusst, bewusst, wie auch immer, und mich manchmal auch nicht so richtig rausziehen kann. Natürlich gibt es auch immer den Weg, zu einer Therapie zu gehen, also zu einem Therapeuten, zu einem Psychotherapeuten. Die haben sehr, sehr gute Techniken, um euch aus diesen Schleifen rauszuziehen. Und wer aber sagt, nein, ich will das nicht, aus welchen Gründen auch immer, der kann dann ein bisschen mit meinem Trick arbeiten. Ganz wichtig, was ich euch aber sagen möchte, ist, wenn ihr euch in einer solchen Schleife verfangen habt, wenn ihr merkt, ihr kommt selbst nicht mehr raus, schämt euch nicht, euch einen Coach oder einen Psychologen zu suchen. Ich selbst bin kein Therapeut. Das auch als Disclaimer vorneweg. Und ich erzähle hier quasi, was meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema sind und hoffe, dass es euch hilft. Fangen wir mal an mit dem Thema, was Katastrophisieren oder in Englisch sagen die Leute auch immer Catastrophizing. Und ich finde den Namen irgendwie so ein bisschen, das prägt sich besser ein. Aber ich bleibe hier, weil es ein deutsches Video ist, sage ich weiterhin Katastrophisieren. Und ja, ich erkläre euch erstmal, was das eigentlich ist. Beim Katastrophisieren verzerrt man seine eigene Wahrnehmung. Das macht man in den meisten Fällen unterbewusst. Und die Realität und das, was ihr wahrnehmt, was passiert, stimmen nicht mehr überein. Euer Gehirn gaukelt euch also etwas vor, verzerrt die Realität. Und das kann sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft betreffen. Das heißt, einerseits kann es sein, dass ihr irgendetwas erlebt habt, was ihr als schlimmer wahrnehmt, als es vielleicht objektiv gewesen wäre. Es kann aber auch auf die Zukunft auswirken, indem ihr euch etwas vorstellt. Also ihr wisst, irgendwas wird passieren auf der Arbeit, ihr werdet vielleicht befördert oder es passiert vielleicht auch was Schlimmes. Eine Scheidung steht euch bevor oder irgendwie sowas in der Art. Und ihr fangt an, diesem Event in irgendeiner Form Katastropheneigenschaften zuzuordnen. Also ihr macht es schlimmer, als es wahrscheinlich in Realität sein wird. Ich will ganz kurz über die Sache mit der Vergangenheit sprechen. Wenn etwas passiert ist und es kann auch durchaus was objektiv Schlimmes sein. Vielleicht wurdet ihr betrogen. Und ihr spielt das jetzt in eurem Kopf vor und zurück. Ihr stellt euch vielleicht vor, wie genau das passiert ist. Dann stellt ihr euch vielleicht vor, dass die zwei auch noch über euch gelästert haben, während das passiert ist. Und ihr fangt an, Dinge in die Geschichte reinzuarbeiten, die ihr nicht wissen könnt, die ihr euch vorstellt, aber die ihr tatsächlich nicht wissen könnt. Und damit wird die Geschichte schlimmer und schlimmer für euch. Und ihr müsst auch so ein bisschen darauf achten, wie viel Prozent von eurem aktiven Tag nimmt das von euch ein. Sagen wir mal, ihr wurdet vor drei Jahren betrogen. Ihr seid mittlerweile wieder in der Beziehung oder vielleicht auch nicht, ist völlig egal für das Beispiel. Aber das ist immer noch präsent in eurem Kopf. Dann ist es definitiv etwas, an dem ihr arbeiten solltet. Weil ihr wollt ja auch nicht einer Sache, die jemand anderes getan hat, in der Vergangenheit einen so großen Einfluss auf euer Leben haben lassen. So wichtig ist es nämlich nicht. Und ich kenne viele Leute, denen irgendwas in der Vergangenheit passiert ist und die machen es zu ihrer, ich sag mal, zu ihrer Lebensgeschichte. Das heißt, fast alles, was sie heute erleben, heute tun, wenn man sie irgendwie fragt, ja, warum machst du das so? Warum bist du traurig? Warum geht es dir nicht gut? Die finden dann immer die Referenz zurück auf dieses eine Ding, was damals passiert ist. Und wenn ihr jetzt wirklich mal überlegt, was das eigentlich bedeutet, ist das, was auch immer da in eurer Vergangenheit passiert ist. Und ich bleibe mal bei dem Beispiel mit, dass ihr betrogen wurdet. Wenn ihr das so präsent haltet, dann gebt ihr dieser einen Sache und diesem Menschen, der damit zusammenhängt, so unglaublich viel Macht über euer Leben, das wollt ihr nicht. Ihr wollt auf jeden Fall euer eigenes Leben führen. Ihr wollt auf jeden Fall mit Sachen wie diesen abschließen und versucht, die Sachen aus der Vergangenheit nicht in eure Gegenwart übersuppen zu lassen. Eine andere Sache ist auch dieses Katastrophisieren in der Gegenwart. Das ist ja bei Corona zum Beispiel ganz viel passiert. Ich erinnere mich an ein Interview, das ich im Fernsehen gesehen habe. Da wurde ein Abiturient interviewt und er hat groß und breit erzählt, also das war jemand, der jetzt gerade aktuell seine Abiturprüfungen geschrieben hat und sich eben jetzt in den Jobmarkt bzw. auf Studienplätze bewirbt. Der war also an diesem Zeitpunkt gerade und er hat ganz groß und breit erzählt, wie schlimm und wie nachteilig es ist, dass er jetzt Abitur schreibt während der Corona-Zeit. Und ja, das ist vielleicht ungünstig. Objektiv würde ich aber sagen, okay, was sind die Unterschiede? Er muss vielleicht eine Maske tragen. Es gibt mit Sicherheit jede Menge Regeln in der Schule, wer wo sitzen kann. Vielleicht kommt erst die erste Hälfte der Klasse und schreibt die Abiturarbeiten und dann die zweite Hälfte. Wie auch immer. Also es gibt mit Sicherheit organisatorische Veränderungen. Aber objektiv und da hilft auch so ein bisschen die 10er-Regel. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Wenn man sich objektiv fragt, wie wichtig ist das noch in 10 Jahren? Ich verspreche jedem, der Abitur gemacht hat während der Corona-Zeit, in 10 Jahren wird keiner, dem es wichtig ist, also kein Arbeitgeber, kein Kollege bei euch auf der Arbeit, niemand wird jemals wieder darüber danach fragen oder glauben, dass es in irgendeiner Form ein Nachteil für euch war. Und ihr wahrscheinlich selbst auch nicht. Also ihr werdet, da könnt ihr auch mal drüber nachdenken, so in 10 Jahren werdet ihr wahrscheinlich überhaupt, ihr werdet es vergessen haben, möglicherweise, dass ihr während Corona euer Abitur geschrieben habt. Ich habe zum Beispiel während Corona ein Baby bekommen und hatte sowas ähnliches im Kopf und dachte, oh Gott, das ist alles so schlimm, das ist das Schlimmste, was passiert ist. Aber im Endeffekt war es nicht viel anders als bei meiner ersten Tochter. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich muss manchmal auch wirklich rechnen und überlegen, als ich im Krankenhaus war, gab es da Corona schon? Ja, Corona, also das war im April 2020 und ich glaube, Corona ging los, so Januar, Februar 2020 und wir waren also voll drin in diesem ganzen Lockdown-Maske und die haben mich ja schon fast nicht mehr ins Krankenhaus gelassen, um ehrlich zu sein. Aber jetzt, zweieinhalb Jahre später ist das halt alles, es ist alles nicht mehr so wichtig. Also zurück zu dem Punkt mit dem Katastrophisieren. Damals definitiv aus Panik, teilweise auch aus Unwissenheit, was bedeutet das für mich, angefangen zu katastrophisieren. Im Rückblick festgestellt, dass es halt keine Sache ist, über die man sich besonders große Sorgen machen muss. So, und jetzt nochmal ein bisschen katastrophisieren über zukünftige Ereignisse. Nehmen wir mal ein Beispiel aus eurem Job. Ihr müsst, ihr habt eine Aufgabe und müsst die abgeben in der Zukunft. Und ihr überlegt euch jetzt schon, wie das Feedback von den Kollegen sein kann oder was darauf irgendwie passieren kann, wenn ihr eure Arbeit einreicht oder vorstellt oder was auch immer. Und ihr fangt jetzt auch an, wieder euch Szenarien zusammenzubauen, die vielleicht gar nicht realistisch sind. Und man merkt dann, dass man sich selbst auch total blockiert mit diesem Katastrophisieren. Man macht die Sachen deutlich größer, als sie sind. Und das kann euch tatsächlich dann auch in eurer aktuellen Arbeit blockieren, weil ihr euch jetzt Sorgen macht, weil ihr sehr viel Energie darauf verschwendet, die Sorgen und euch auf die Zukunft zu fokussieren, anstatt auf das, was jetzt gerade wichtig ist, nämlich dieses Projekt fertig zu machen. Katastrophisieren an sich ist keine mentale Störung. Es ist was, was jeder in irgendeiner Form macht. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, vielleicht aber auch sehr, sehr ausladend. Und wenn ihr feststellt, dass ihr zu den Leuten gehört, die das sehr, sehr intensiv machen, dann solltet ihr auf jeden Fall daran arbeiten. Ihr könnt das machen mit einem Therapeuten. Ich hatte ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, dass es gibt, das ist eine Standardsache. Also wenn ihr jetzt einen Psychotherapeuten aufsucht und dem sagt, ich glaube, ich mache aus jeder Mücke einen Elefanten, dann ist das ein sehr, sehr guter Hinweis für denjenigen. Und die haben gute Techniken und sehr, sehr gute Fragetechniken, Therapietechniken, mit denen, die euch quasi durch solche Ereignisse und durch solche Gedankenstrukturen durchleiten und euch beibringen, selbst den Realitätscheck zu machen an bestimmten Punkten. Und das kann natürlich super hilfreich sein. Also ich würde das vielleicht gar nicht so als Psychotherapie sehen. Wenn ihr euch mit dem Begriff Psychotherapie so ein bisschen unwohl fühlt, weil viele Leute sagen, ja, ich habe doch keinen Knacks, natürlich gehe ich da nicht hin. Dann seht das eher als eine Art Coaching, das ihr euch selbst geben könnt, weil ihr euch ja wirklich eine Fähigkeit aneignet. Ihr bekommt also ein Training, in dem ihr lernt, eine systematische Selbstbeobachtung durchzuführen und dann eben auch diese kognitiven Verzerrungen, die dann zu katastrophisieren führen können, zu erkennen. Und ihr lernt auch, wie man dem dann entgegensteuern kann. Also ja, es ist, wie soll ich sagen, eine aktive Gestaltung des Wahrnehmungsprozesses. So kann man es, glaube ich, in hochtrabendem Deutsch sagen. Aber es hört sich auf jeden Fall besser an, als ich gehe zur Psychotherapie. Ich weiß, manche fühlen sich damit nicht wohl. Grundsätzlich möchte ich sagen, da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei. Aber wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann benutzt einfach das Wort Coach. Life Coach. Und dann ist es auf einmal schon wieder was ganz Cooles, wenn ihr sagt, ja, ich treffe heute meinen Life Coach. So, eine eigene Geschichte von mir. Ich versuche auch immer in diesen Videos zu erzählen, wo mir das selbst passiert ist und wie ich mich daraus geschafft habe. Oder vielleicht auch nicht, woran ich gerade arbeite. Ich habe zwei Beispiele aus meiner Vergangenheit rausgezogen. Das eine war, als mein erster Freund mit mir Schluss gemacht hat. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich weiß gar nicht, war ich 14, 15? Irgendwie sowas in dem Dreh. Und es war für mich die Hölle. Weil, also es war erst mal so eine Sache vor den ganzen Klassenkameraden. Es ist nicht vor den Klassenkameraden passiert. Aber die haben das natürlich mitbekommen. Da war ein großer Anteil von Scham dabei. Und irgendwo in dem ganzen Prozess kam auch der Gedanke hoch, ich finde niemals wieder jemanden, der so toll ist wie der. Und ihr seht jetzt schon, wenn ihr dem zuhört, dann schwunzelt ihr wahrscheinlich ein bisschen, weil das jedem von euch schon mal passiert ist. Aber so einem 14, 15-jährigen Mädchen, da sind das andere Dimensionen, kann ich euch versprechen. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich immer schon ein sehr, sehr wissenschaftsbezogener und, wie soll ich sagen, realitätsbezogener Mensch war. Und als dieser Gedanke hochkam mit, ich finde nie wieder jemanden, der so ist oder der so gut zu mir passt wie dieser Mensch, ist tatsächlich bei mir der Taschenrechner im Kopf angegangen. Und ja, lasst mich euch mal erklären, was passiert ist. Ich bin also hergegangen und habe gesagt, okay, wenn ich einen Partner finden möchte, wie groß ist der Pool an möglichen Partnern? Und ich habe dann einfach gesagt, na gut, es gibt so, keine Ahnung, 80 deutschsprachige Menschen, 80 Millionen deutschsprachige Menschen plus 360 Millionen Amerikaner. Also Deutsch und Englisch war so mein Pool, aus dem ich gerechnet habe. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann nehmen wir davon die Hälfte, weil die andere Hälfte sind ja Frauen. Also nehmen wir mal nur die Männer in meinem Fall. Und davon nehme ich jetzt mal nur ein Prozent. Und dann bin ich irgendwie so bei so einer Anzahl von zwei Millionen Männern rausgekommen. Und bei zwei Millionen, also ihr merkt, die Zahl ist so unfassbar gigantisch. Ich habe nur ein Prozent davon genommen, weil ich dann auch noch in meiner Alterskategorie und so, ach, ist ja auch wurscht. Diese Matheübung hat mich aber dazu gebracht, zu denken, Moment, wenn das so viele sind, wenn der Pool an potenziellen Lebenspartnern so groß ist, wie groß ist denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass der allererste genau der richtige war? Und plötzlich ist das in so einen Gegengedanken umgeschwungen. Und ich habe dann festgestellt, es ist extrem unwahrscheinlich, dass dieser eine, den ich gerade verloren habe, dass das genau der war, der für mich der richtige gewesen ist. Und plötzlich seht ihr, wie quasi Mathe jetzt in dem Fall euch aus einer Sache rausgezogen hat, die sich ganz, ganz schlimm angehört hat am Anfang. Die zweite Geschichte war, als ich damals von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt habe und ich habe meine erste vier in Mathe bekommen. Ich kann euch sagen, ich war am Boden zerstört. Und also ich hatte bis dahin immer nur Einsen und Zweien in der Grundschule. Und plötzlich, bumm, eine vier. Und ich habe, das hat mir sehr auf die Psyche geschlagen, weil ich dachte, vielleicht bin ich doch nicht so klug, wie ich dachte. Und habe dann so ein bisschen nachgeforscht und festgestellt, es gibt ganz viele Leute, die kein Talent haben, die sich aber mit Arbeit aus der Misere schaffen können oder die sich mit Arbeit viel beibringen können. Und bin dann an dem Punkt so ein bisschen in diese Talent versus Arbeitswilligkeit geraten und habe wirklich auch angefangen, Leute zu beobachten. Wissen die Dinge, weil sie einfach sehr schlau sind oder wissen die Dinge, weil sie nachgeforscht haben, nachgefragt haben, weil sie daran gearbeitet haben? Und plötzlich habe ich gemerkt, dass es so viele Wege gibt, wieder auf gute Noten zu kommen. Ob das jetzt Talent ist? Gut, wenn ich kein Talent habe, dann ist es halt so. Was soll ich machen? Dann muss ich mich halt hinsetzen und lernen. Und ich war absolut bereit, die Zeit zu investieren. Und in dem Moment, als ich das gemerkt habe, habe ich auch festgestellt, okay, es gibt Wege raus aus der Vier, aus meiner ersten Mathe Vier. Die Frage ist nur, ob ich das will oder nicht, ob ich mich hinsetze oder nicht. Und so habe ich quasi immer meine Katastrophisierungsphasen ein bisschen runtergeschraubt und ich hoffe, dass das als Inspiration für euch ganz gut funktioniert, euch diese Geschichten anzuhören. Ich weiß, das sind Kindergeschichten, aber die Technik gilt ganz genauso für Erwachsene. Ihr wisst genau, wie viele Leute vielleicht 50 sind, ganz frisch geschieden und sagen, ich finde niemals wieder jemanden. Die Leute sind ja alle vergeben, die haben ja alle Kinder und Häuser und was weiß ich. Wenn ihr aber mal rechnet, naja, ihr werdet wahrscheinlich 80, 90 Jahre alt. 40 Jahre habt ihr noch vor euch, wenn es gut läuft. Und ihr müsst ja auch von euren 50 Jahren, die ihr alt seid, mal abziehen, dass ihr so die ersten 15, 20 noch gar nicht mitgespielt habt beim Partnersuchen. Das heißt, ihr habt jetzt erst 30 Jahre hinter euch, in denen ihr aktiv in Beziehungen seid, aber ihr habt noch 40 Jahre vor euch. Ich würde sagen, das hört sich gut an, oder? Also ihr seht, das sind so die Spielchen, die man eben machen kann, wenn man anfängt zu katastrophisieren. Rationalität, Wissenschaft, Nachschlagen, Austausch mit anderen Leuten, wie die das sehen. Das sind die Sachen, die euch quasi auf den Boden der Tatsachen bringen können. Ich recherchiere ja immer für jedes Video so ein bisschen und im Großen und Ganzen habe ich die Sachen auch im Internet wiedergefunden, die ich über das Katastrophisieren wusste oder dachte zu wissen. Es gab aber eine Sache, die mir komplett überhaupt nicht bekannt war, auch weil sie mich selbst nicht betrifft. In dem Moment, wo Leute chronische Schmerzen haben, kann das Katastrophisieren eine, es kann beides sein, ein Symptom und eine Ursache. Und natürlich müsst ihr schauen, wo kommen diese chronischen Schmerzen her. Es gibt ja in den meisten Fällen wirklich physische Gründe dafür. Es gibt aber auch viele Fälle, in denen es einen Ursprung hatte. Also es gab irgendeine chronische Krankheit und aus dieser chronischen Krankheit heraus haben Leute angefangen zu katastrophisieren und haben dann dadurch die Krankheit aber auch verschlimmert. Und das fand ich einen total interessanten Aspekt, den ich persönlich noch überhaupt nicht beachtet habe. Und es gab auf verschiedenen Webseiten von Krankenhäusern und auch von Therapeuten den Hinweis, wenn jemand unter chronischen Schmerzen in irgendeiner Form leidet, dann sollte er auf jeden Fall prüfen, ob Katastrophisieren eine Rolle in dem ganzen Krankheitsbild spielt. Also soviel nur dazu. Ich selbst habe dazu kein Wissen, aber als Hinweis, wenn ihr jemanden habt oder selbst betroffen seid, dann ist das absolut was, was man sich mal angucken kann. Jetzt zu meinem Trick. Das ist sozusagen mein kleines Geschenk an euch. Eine Sache, die ich auch super häufig nutze, um mich selbst aus irgendwelchen Gedankenspiralen rauszuholen. Und zwar, wenn ihr glaubt, dass ihr katastrophisiert oder dass ihr eine Situation nicht mehr richtig einschätzt, dass ihr sie größer, gefährlicher, schlimmer macht, egal ob Vergangenheit oder Zukunft, als sie eigentlich ist, dann stellt euch vor, dass ein Freund von euch oder ein Arbeitskollege oder ein Familienmitglied, irgendjemand, der euch so halb nah steht, stellt euch vor, dass diese Person zu euch kommt und euch von exakt diesem Problem erzählt. Also diese Person, nehmt einen Perspektivwechsel ein und versucht euch vorzustellen, jemand anderes erlebt die Geschichte, die ihr gerade erlebt oder jemand anderes hat das Problem, das ihr gerade habt. Und ihr stellt euch jetzt quasi vor, ihr seid in der Freundesrolle und gebt dieser Person jetzt Ratschläge. Und plötzlich, also diese Frage wirkt Wunder und mir sind da auch schon so viele, mir ist dann in der Regel das alles wie Schuppen von den Augen gefallen und plötzlich findet man Lösungen und plötzlich findet man dann auch raus, wie man das eigentlich einzuordnen hat, weil ihr auf einmal eine neutrale Position eingenommen habt. Also ihr seid nicht mehr der Betroffene, wenn ihr euch vorstellt, jemand anderes hat das Problem, sondern ihr könnt dann plötzlich objektiv darüber nachdenken, ihr könnt rational darüber nachdenken und ja, ihr tut einfach so, als würdet ihr demjenigen einen Tipp geben. Und das ist auch schon der Trick, ein sehr, sehr kurzer Trick, aber extrem wirksam. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Probiert es auf jeden Fall mal aus, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie, ja, aus einer Mücke einen Elefanten macht. Oft merkt man es ja nicht. Also wenn ihr, vielleicht macht ihr es einfach auch so als Test, wenn irgendwas Schlimmes passiert, stellt euch vor, jemand anderes kommt zu euch und erzählt euch, dass es ihm passiert ist. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Ich bin total gespannt auf eure Geschichten und was euch so passiert ist, wo ihr katastrophisiert habt und vielleicht später rausgefunden habt, ja, es war gar nicht so schlimm. Ich habe ein bisschen übertrieben. Und auch, ob ihr andere Strategien habt, euch vor solchen Spiralen, vor solchen Gedankenspiralen zu schützen, sagt auf jeden Fall mal Bescheid in den Kommentaren. Ich freue mich total. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!